Es geht um die Einweihung einer Kapelle in einem Ort in Osttirol, der wirklich so am Ende des Tales liegt. Das ist Prekraten am Groß Venediger und die haben eigentlich schon 14 Kapellen und haben noch eine weitere Kapelle gebaut und um die Einweihung dieser Kapelle an einem besonderen Ort geht es. Wir haben geschaut, dass wir etwas finden, wo wirklich auch diese regionale Identität von Osttirol auch ein bisschen rauskommt. Wir haben uns schon vorgestellt, dass wenn sich die Jury in Niederösterreich, in Wien das dann anhört, die dann auch ein bisschen ein Bild kriegt von den Bergen, von der von der lokalen Verwurzelung der Leute hier und das ist das, was wir machen und einfach auch diese Dialekte, die man raushört.